In einer Welt, in der Mangas und Animes immer noch verpönt sind, gibt es einen Mann, der dem Ganzen ein Ende setzt. Sein Name, I Dance. In seinem Hauptprojekt Manga Review, reviewt er jeden nur adenklichen Manga. Und um dich bestmöglich zu informieren, wird keine Information ausgelassen. Das alles wird neuerdings immer durch coole Sketche aufgelockert. Hierbei erzählt jede Manga Review nebenbei eine ganz eigene, spezifische Story. Wenn dein Wissensdurst immer nicht gestillt ist, kannst du bei Trivia Power noch alle möglichen Funfacts und hinteren Infos zu diversen Mangas und Animes abgreifen. Also der richtig interessante Shit. Fakt Nummer 18. Daisuke und Jo haben die gleichen Schuhe. Der Cthulhu Mythos hat was mit Digimons zu tun? Wusstest du das alles noch nicht? Dann finde es hier heraus. Teste dein Wissen im Quiz mit Biss. In jeweils 10 kniffligen Fragen zu einem bestimmten Manga oder Anime wird dein Wissen auf die Probe gestellt. Hier kannst du beweisen, dass du ein richtiger Fan von... Von... Was auch immer bist. Wie wäre es dann noch mit all den Schätzen? Hier bekommst du selten und coole Sammlerstücke zu sehen und bekommst sogar noch interessante Infos dazu. Manga Review, Trivia Power, Alldings Schätze. All dieses Toilk ist natürlich gefahrt mit schlechten Witzen und der wohl miesesten Quantität auf ganz YouTube. Das alles und noch viel mehr bei... Alldings! Alldings! AlldSE2! Vielen Dank.